es na was ja leute was geht ab mal wieder zum neuen video hier mein video heute was geht ab zu meinem neuen video was geht ab heute was geht ab zu meinem neuen video was geht ab bitte 90s flex hier bitte 90s flex hier bitte 90s flex hier da war die lukale da war die lukale da war die lukale da war die lukale so ich bin danach kommt unsere erste runde mal in solo gescheit bin so das wird das ist das das ist da Ja. Spielst du mit einem Video? Ja. Oh, shit. Weißt du aber nie. Oh, Dicker. Noch ein bissel hier. Reicht's? Karle, entziehen wir nicht so? Da. Hä? Da. Ja, am Stuhl meine ich. Oh, shit, war das Club. Oh, fuck. Karle, entziehen wir nicht so? Okay, der ist es. Okay. Ja, Cap. Werden wir nicht. Das ist ein, das. Ja, da. Ja. Also. Ja. Also. So Leute, jetzt kommt... Solo. Mit dabei natürlich hört mein Cousin, was geht ab? Sag mal was. Hi. Und gleich lauf rein. Falsch. Erstens kommt der Tisch hier hin. Zweitens die Fernbedingungen nebeneinander. Die Kabel kannst du schön wieder zusammen... äh die Headsets. Die Kopfhörer kannst du schön wieder zusammen machen, wie sie waren. Wird jetzt? Wie soll ich das? Ja? Jen mal war der Conseil? Die opinions machen? so waren die schon mal nett was habt ihr heute gemacht bruder ich hab Gummibärchen Leute ich hoffe es ist nicht so schlecht okay ich bin erst seit gestern okay die dpi ist ein jetzt hast du wieder ein anderes Spiel nein das ist das gleiche Spiel nö wo fangen wir zu abspringen beinahe vergessen beinahe vergessen raus zu springen wegen ganzen Einstellungen machen ich hab noch nie im Fußballplatz ne ich land nicht beim Fußballplatz ich land hier glaube ich ja da ist eine Waffe oh fuck die Einstellungen sind viel zu hoch warte mal kurz mit denen komm ich ja gar nicht klar mit denen redest du überhaupt ich bin doch auf dem Video ich mach doch grad ein Video der redet mit den Leuten die das Video angucken anwenden bruder was hast du geschrieben meine Maus geht wieder nicht ey bruder ne halt meine Achso äh bruder äh 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 mein Cousin und meine nicht das bei mir Colin der redet net hat sich doch auf dem Bett hier schieb sogar ein bisschen könnt ihr mitgucken das Video braucht ihr net gucken weil ihr könnt ihr bei mir gucken als ob hier keiner gelandet ist äh toll toll äh kurz sortieren äh 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 was hast du geschrieben son bei mir ist keiner son äh ich auch ne Familie halt äh wo ist deine Familie? äh du? du? bist doch in meiner Familie? wo ist meine Familie? äh wo ist deine Familie? meine Familie äh ach da hinten zeig mal deine Familie ich nein ich meine der meint doch uns oh shit digga hat das geschmeckt? ah digga easy clap digga was denn da ist drinnen? ah oder schmeckt schmeckt erstmal so auf ganz leckere Basis ganz lecker die basis ich kaufe mir aber der wird uns das lesen ich kaufe mir auch maus und tastatur dann live streamen wir mit maus und tastatur ja wir können wir machen oder ich bin gerade im kampf ich kann gar nicht war ja mal das los dass du was nein du bist du geschmehrt du naja du kannst nicht so viel reden wenn ich gerade im kampf bin da verliere ich nur was du gesagt das bin ich doch ich hab doch leise gemacht guck achten das bin ich doch ich hab doch leise gemacht guck achten guck das tust du nein schießt bruder oh shit ich kann aber nur ohne boden ohne boden ja schon ohne boden jeder top noch mal cooler tanzen dann hast du ja schon tanzen dann hast du ja schon tanzen warum musst du los fuck nicht ab mein bruder immer youtube bei uns tauschen mal los los warum und 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 Was hast du da? Ich nehme zwei Kumpel. Ich nehme zwei, ich nehme Dreh. Wohin willst du fahren? Ich gehe nach Lazy Lake. Lazy Lake, sorry. Ich gehe nach vorne, Depp, Alter. Und wo ist das? Da. Da. Nein, da, wo das blau ist. Ach so. Ja, Karin. Der Tim hat das nur leichter gemacht. Setz dich doch aufs Bett, Colin. Warum nicht? Anstatt nur rumzustehen. Finger vorm Stuhl. Ich habe hinter Augen. Gib mir die Waffe. Ja. Da. Das ist ein cooler. Ja, moin. Ah, gib mir Wunter von hinten. Setz dich doch aufs Bett. Setz dich mal aufs Bett. Und das ist immer noch was. Siehst du? Das braucht ihr gar nicht hin. Guck mal da. Warum guckt ihr da? Das war das Gleiche. Hä? Ich muss halt nur die Nachrichten hier lesen, was man vor schreibt. Aber der ist gerade gegangen. Ich finde es sehr geil. Guck dir das mal deinen Freund an. Gerade natten. Gerade guckt es keiner an. Du hast wer mit seinem Vater? Du hast wer mit seinem Vater? Du hast. Du hast, du Christ. Na! Ich mich gern... bah es nå... Ich vermisse, parce ... Nein! Ich versiede mich zurück an. Sie? Das gold ist? Ich mach schon mein Mund leer. Trinkst leer. Nein. Du auch trinkst leer. Das ist Sprite, gell? Gell? Mhm. Das Ganze ist breit leer. Willst du noch Sprite, Lu? Ja. Nein, das ist nur Wasser. Haha. Warum geht die Maus schon wieder nicht? Wollen mich doch alle hier verarschen. Geht doch. Kann mich mal haben, die Maus. Sie haben nicht viel erreicht. Ja, nicht. Hä? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Und jetzt noch. Ach, nichts ins Wasser. Ist das denn nicht geschossen? Ja. 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 das ist nicht geschossen weil ich das nicht so gut kann. Ich spiele erst halbster. Ich spiele doch mit Controller. Nein, ich muss eben. Wenn ich das hier richtig kann, bin ich tausendmal besser mit Controller. Wenn du machst, dann bist du geiler, Dominik seiner oder meiner? Äh, dann. Guck dir, ich bin echt mit meinen Flöschern auf. Kannst du mal bitte meinen Deckel aufmachen? Willst du machen aufgefahren? Colin! Da, Offen! Hey! Ha! Ha! Oh, einer guckt. Ich habe einen. Ja, ich. Leute, geht mal ganz kurz in den Einzel-Shop. Dann gibt es einfach ganz simpel. Tür mal ein. Danke, ihr würdet mich sehr unterstützen. Hier oben steht da noch... Oh, fuck! So, ich mach mal den Deckel aufmachen. Nein, 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 nein. Ich mach den Deckel auf, gell? Nein, 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 nein. Aber wir müssen mit den Zehen aufhangen. Ah, du gemein Deckel. Komm her, Deckel. Halt noch ein bisschen Flasche mitgenommen, aber den Rest kannst du aber halten. und den Rest kannst du auch essen. Mh, 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 mh. Du sollst heute auch noch essen? Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Mh, 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 mh. besser Ja jetzt eben filmen mal Digga. Hä, dann spielst du mit C? Nein, mit Dingen. Weißt schon, das ist du aber mit Maus. Was ist das denn? Wer ist das? Hä, ich bin... Ich weiß nicht mal, wie... Bist du in meiner Gruppe? Ja. Wie heißt du? Apokata, du ne Klappe. Hä? Ich gucke jetzt einfach mal nach. Ich gucke jetzt einfach mal nach. Aua, Bruder, Aua. Tu dir den Fisch. Auf. Wer war das? Das war mit deiner Spast, du Cousin. Ich hab's doch grad mit dem Boppen. Colin, hör auf oder du kriegst raus. Oder ich geb dir ne Bomme. Ohohoho, gib dir ne Bomme! Lach nicht oder ich geb dir ne Bomme. ruf auf. Colin auf. Jetzt lacht er sich drüber tot. Warte, 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 warte. Colin auf. Colin. Hör auf. Und raus. Raus. Toll. Ja, toll. Oh, warte, warte. Ah, warte, warte. Ah, warte, warte, warte. Oh, fack, warte, 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 warte. Wenn er tot, weg raus. Er wollte gerade bei den Türen den Rahmen hochklettern, er fliegt von auf die Presse. Wie hast du dich gerade genannt? Digga, was ein scheiß Name, Digga, als ob ich jemanden kenne, der Apokrypto Niklas heißt. Ja Junge, ich möchte nicht mit dir deine anderen Freunde da halten. Aber du bist mit Niklas, Digga? Überleg dir mal einen besseren Namen. Hallo, ich bin zufrieden. Ja, ich erst kopf ich ja nicht. Ja, Colin, komm rein. Colin, du bleibst erst mal 10 Minuten draußen. Schlott 1 ist von mir voll Schleißen, Digga, dann brauch ich fast nie. Colin an einem Platz und sitz. Ja, du musst halt, wenn du sitzen bleibst, gehst du direkt raus. Äh, äh. Guck mal, Guck mal, Guck mal, Guck mal, Guck mal, Guck mal. Ich kann 90s, Bruder, aber halt noch ohne Brunnen. Guck mal, 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 Guck mal. Guck mal, Guck mal, Guck mal. Guck mal, Guck mal, Guck mal, Guck. Guck mal, Guck. Ich hab jetzt mein Stuhl gekickt und wir auch wieder runter. Wenn da halt Bock habt auf Gruppenkalle. Hä? Ich guck hier ein, still und dann verlass ich. Okay. Ich geh die ganze Zeit außerhalb der Zone, Digga. Komm, Bruder. Ich baue jetzt erst mal und bringe ich da bauen. Ah, der war um. Wie findest du das, äh, Schoolkeeper, wie da drin ist? Eigentlich voll scheiße, weil der war voll OG zur Zeit. Der hatte einfach keiner gehabt. Genau, überlegen hab ich mir den holen. Du hast den schon, du Fisch. Nein, sieht man gar nicht, gell? Wenn du jetzt mal auf, äh, Freunde gehst und guckst, was von der Lobby ist, dann sieht man den Skin, du Fisch. Hä? Ich hab wirklich... Scheiße, ne? Scheiße, ne? Das ist ein Gegner. Oh mein Gott, den Zweibisch. Komm, du, den Zweibisch, okay? Ja. Ich verschenke ihn schon und seine Ehre. Okay? Okay, der eine hat man nicht getroffen. Komm auf, krass. Ähm, weg, 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 weg. In die Fresse, digga. Was ein kleiner Blatt. Ja, ich hab's lebt. Wo du so geredet hast, als wärst du abgeklübt... Ja, jetzt hast du lebt, komm, Frau, du Fisch. Nein, ich bin ganz weg. Nein? Ich hab vorhin geguckt, oder? Wo du in meine Lobby reingekommen bist, hab ich geguckt. Die Dorn, oh, oh. Oh, 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 oh. Keine Mads war manhaft. Schon ein fliebenschutzt. Ähm... Weißt du, diese Einflussgabe der Frau, die war ja mega selten, ne? Die war ja mega selten, ne? Die war der Mann. Nein, die war die Mann. Nein, die war die Mann. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. hat sich aufgeregt weil es war selten so schluss schluss er kann nichts anderes das ist gerade auf rot Digger Spann, wie du bist Was für ein skin? Ja, fuck, skin Feier den voll Spann muss leider los, da war gerade mein Leuchssinger, da muss los Grad, wo ich ihn 90, äh so, machen wir 90s, ist so, ich kann nur 90s aber auch noch ohne Bogen, also muss los Fuck Ey Junge, der kann nichts anderes Was? Gibt es den schlicht und schlicht, da hat er kein Knie Ich w��� nicht Fuck Digga, jetzt hat die Mutter auch jetzt gesinnen Tut mir Leid, kliébanagenten Sopkele MET waffen wechseln finde ich am schwierigsten ich muss noch einen kill machen ja es dauert halt ein bisschen so habe ihn die ehre genommen da kann der mini biggie riesengroß ja warte noch ein paar kreis waren wer ist jetzt der kreis war getreten noch ein kill digger wer ist das egal dass er das 23 der mannig falsch sagen aber es ist mega leise Ja, keine Ahnung, warum soll ich. Macht nichts. Ja, man muss genau da sein. Äh, bin ich jetzt lauter? Ja. Ich fischte jemand auf. Entschuldigung. Wo ist er? Warum ist er nicht ein, du Fisch? Kim? Ja? Es ist eine Zeit zum verlassen. Nein, nicht ganz, aber bald. Ey, Junge, verlasst du. Warum musst du auch üben, Digga? Kim? Da kannst du auch alle üben. Ja, gleich mal noch ein Kilo, okay? Lies. Der wurde geholt. Ich fiel keine Gegner, aber wenn er ein 10, Digga, wird von hinten gekillt. Ich hasse es. Kannst du eigentlich einfach lassen. Gleich. Okay, er hat es dann besser wie Tune, ne? Nein, Spaß. Aber... Ah, sie sind bald richtig fest. Ich sag's dir. Digga. Hä, ich hab's jetzt Eis-Komisch drin hier hin. Eikonix ging genauso, äh gesnipet. Das ist die Kampferheit. Verlassen bei Räulis. Warte, ich probier noch den hier zu holen, wenn ich den noch hol. Okay, das war knapp. Ich bringe den Tod und verlass dabei. For Punk- Madrid. Bei blood or blood or blood or blood. Baus und Omais. By a heart, hei. ências. Ich fragende Habendono was zur Idee… Ich feiere den Weißen nicht so, ich feiere Ghoul Trooper Style besser, in dem der andere Scand da. Äh, Männischer, Ghoul Trooper Scand. Männischer, ist der Männischer. Ja, guck, Ghoul Trooper, Ghoul! Ghoul, sag doch Ghoul, es gibt kein Männischer, Ghoul! Guck auf Stil, der hat den Geschenk bekommen von Epic Games. Das ist dieser Zombie-Sinn, in dieser Zombie-Skin. Ja, aber normalerweise ist ja nur Zombie-Mann und die eigentlich nicht männlich für Skand. Stil, Skandruper, äh, Gull Trooper. Oh, fuck, bin ich hochgeführt. Oh, äh, äh, wo rein? Hier kommt eine neue Map jetzt. Ja, ich weiß, was wir da was fliegt. I'm coming, motherfucker. Köln der Würfel ja eigentlich war gut gemacht, aber schon bin ich nicht gewonnen kann ich, kann ich, kann ich nicht mehr machen ich bin drinnen in der Insel jetzt hab ich viel starten ich hab jetzt meine DPE ich hab jetzt mal eins drunter gemacht ich hab weggegeben ah jetzt hat's so, da ist man die richtigen Weapons hier, hier ich mach diese Snipers äh äh den mach ich jetzt ganz hinten immerhin hier auf eins mach ich viel immer weil auf eins komm ich am schwierigsten hin das ist dann am logisten weil ich es dann am wenigsten benutze ist logisch, oder? ja, wo ich es war ja, wo ich es war guck, draußen wahrscheinlich ja äh opfer ja, mach bitte nicht ernst, ok ich mein jetzt nicht, nie, nie, nie ernst meinst du was machen? ja, so komplett ernst der äh genau die 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 auf 4 alle fünfzeiten genau die die rdp mit der maschine ich bin und hätte er gerade ist voll der flow wenn ich nicht gut und schulden ich habe nein kann es mal leisten gucken ob man kann bleiben 9 Ich hab Kampfbrow sogar, wenn ich angemacht. Okay, perfekt. Draußen kann ich nicht Kampfbrow machen. Ich muss sogar immer noch Kampfbrow machen. Genau so lange wie du brauche ich noch für meine 6 Slayers gerade. Da kommst du mal runter Digga, ganz schön. Die Chance hat er genutzt. Batsch, du kommst auf die Freiheit aller. Ich bin auch schon genutzt auf den Schiffen. Na runter. Oh fuck. Oh beinahe ich meinen neuen Trick gepackt. Hey warum... warte mal... ach tap habe ich die ja jetzt. Was hat hier, tap. Mange mega unnütlich. Ich mach lieber hier Digga, kann ich gleich drüber switchen. Jetzt kommt meine Hälfte Digga auf. Uff. Okay, nicht geklappt. Jungen, wir komplett ernst macht Digga. Mach nicht mal ein, mach nicht. Mach nicht mal ein, mach gar nicht. Ich werde ja nicht die zwei geblüht werden. Aber wieso auf der denn? Ach, mach nicht mal so. Ja, Mann, Mann, Digga. chorus chorus Oh nein. Ich kümmere es nicht mit dir. Ah, du kannst aber 5 jene fragen, geil jene gespielt. Hört schon mal herz an wie Yannick. Habe ich am Anfang auch nicht geglaubt, dann hat das schon gezeigt. Hauptsache was haben wir vorgetan, gell? In der Nähe der Kursche. Hört schon mal. Hört schon mal. Hört schon mal herz. Guck mal, ich hab's hier. Hier, hier. Entschuldigen, wie bin ich so? Ich spiele gerade mal so meine siebte Stunde, bitte. Siebte Stunde? Was? Da kommt der Rechte. Ach so, der Rechte? Ja. Ich sag doch mal, nein. Der heißt ja nicht. Mama? Ja? Nein, ich sag doch mal. Ich mach Zahn aus. Äh, gleich. Danke. Guck, guck. Guck, guck. Ich kann grad nicht editen. Ah, jetzt auch. Danke, geht doch. Ah, wow, da bleibt er verwandert. Ja, später. Jaaa. Junge, warum muss ich die Wand schon wieder fallen? Nein, ich würde drücken dich ein. Oh, oh, dann geht's. Oh, das ist kein Problem. Oh, ich fülle Karten aus. Normal würde ich dir gerade einen Ausgaube geben. Das ist deine Jugendkarte, wenn du dann zum Arzt kommst. Ja, ich komme dann zum Arzt. Du musst dann noch unterschreiben. Wann kannst du noch? Aber ich muss eine Einstellung machen. Ich muss eine Einstellung machen, Digga, schau doch mal. Ja, ich muss eine Einstellung machen, Digga, schau doch mal. Ja, geil, wenn du mir schüttest, Digga, kannst du die Einstellung nicht machen. Ich bin so ein Doppel. Digga, woher kommt? Digga, woher kommt? Buhuuu! Kommst du jetzt? Klar. Ja, äh. Ich kann nicht fahren, mach kein Ding. Easy Club, auf PC. Oh mein Gott, ich kann nicht leer, auf PC. Okay. Schön. Ey, Junge, das wäre gut. Wir müssen uns unterschreiben. Gleich. Gleich. Ja. Oh, weg hinter mich. Komm, der Kopfschmerzen durch. Ja. 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 Digga, ich will die ganze Zeit dritte aus. Digga, ich schaff's dir. Ich bin halt schwer. Auch, äh, ich kann gerade mal reinbeziehen. Warum ist das so schnell auf einmal? Mal komm, ey, schau mal. Mal komm, ey, schau mal. Blöde. wir schon wieder schwitzt digga da noch mit pc mithalten digga ja ich kann nicht mal bauen digga nein Nein. Ja. Vielleicht noch kurz weiter. Dein Hummel! Mach, mach. Ich finde sie weiter, wenn die ist geil. Ach so, ja. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Die weiße Frau, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja, aber weil sie ist auch schon da. Am Anfang fand ich Lila scheiße. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich bin ja, ich bin ja. Nein, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Achtung, das ist gut, das hat er da oben. Da haben wir die Dinge. Und, wenn wir aufstehen. Ist die nächsten Minuten schon frei? 16 Minuten? 17 Minuten. Ja, aber jetzt erst mal draußen. Hä? Ja, das ist dumm. Ich bin schon am Anfang, wenn wir die Dornasch da oben zu setzen. Ich darf nicht so auskriegen. Ja, dreimal umdann. Ja, dreimal. Ja, dreimal. Komm, ich bin in der Verpflegung. Ich bin heute geboren. Nein? Ja, aber ich bin in der Verpflegung. Sieg auch. Ja, ich bin in der Verpflegung. Ich bin in der Verpflegung. Was für alle? Sch, ich bin in der Verpflegung. Nein, wir haben hier nicht gewöhnt. Nein, wir haben hier nicht gewöhnt. Ja, ich bin in der Verpflegung. Da ist die Verpflegung. Nein, du bist irgendwie angewöhnt. aber wo warte darf ich mal versuchen was? was? ja ja manchmal bin ich übel zu trotzdem auch immer meine müssen wir die Piofide die Piofide kommt das zu so schnell du willst dich nicht einmal in der Kamera was? ich konnte das mal was? ich konnte das mal na ha 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 ja ja nein eigentlich Treppe doch noch mal also Treppe so Treppe Pyramide ja 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 Treppe Treppe ja ja nein doch nur du Pyramide baust doch die Einstellung so viel getötet doch doch ja 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 guck mal wie stark der ist guck mal wie stark der ist guck mal wie stark der ist ja wir ja gleichfalls ja ja hat mich mal runter geschossen der fliegsel runter ach die scheiße da muss man ja mach bei der schicht aus kohlen scheiß fahrrad lichter an das licht aus das licht aus vorderlicht vorne hol den doppellicht er soll das scheiß licht ausmachen warte ich kann die aber auch nicht ich kann die aber auch nicht naja ich kann die flüge dabei uah ne 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 Leute, das war's mit meinem Livestream, ich hoffe es hat euch gefallen und tschüss!